Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum heutigen Öl der Woche. Heute mit dem Öl OnGuard. OnGuard ist eine ganz spezielle Mischung von doTERRA, die wirklich dafür ausgerichtet ist, dass sie unser Immunsystem unterstützt. Es hilft uns, wie man schon hört, OnGuard sich zu wehren, zu schützen. Die schützende Mischung ist es auch ganz gerne genannt, denn da drinnen ist Nelke, Zimt, Orange und Rosmarin und Eukalyptus auch noch. Und alle diese Öle in der Kombination sind so die beste Mischung, unser Immunsystem zu unterstützen und unseren Körper für allen von außen abzuwehren. Dabei hat es auch entzündungshemmende Eigenschaften, antibakterielle, antivirale, antipilzhemmende Eigenschaften, womit es den Körper unterstützen kann, sich selber so ein bisschen zu helfen. Und gerade jetzt so in der Erkältungssaison, wo so langsam kälter wird, jeder krank wird, ist es das perfekte Öl. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen, wie ihr hören könnt, deswegen läuft bei mir im Hintergrund hier auch schon das OnGuard die ganze Zeit fleißig. Das hilft mir einfach, dass ich nicht so viel husten muss, dass der Schnupfen zurückgeht und auch die andere nicht unbedingt gleich anstecke. Außerdem riecht es natürlich super lecker weihnachtlich, was natürlich auch noch ein ganz schöner Nebeneffekt ist. Außerdem ist es auch ein sehr emotionales Öl, denn die schützende Mischung, wie gesagt, schützt uns so ein bisschen von außen und hilft uns vom Außeren so ein bisschen abzugrenzen. Das ist für alle diejenigen, die sich so ein bisschen hart tun, mal Nein zu sagen oder die immer so alles direkt an sich rankommen lassen. Also wenn du auch so jemand bist, denn das OnGuard ist absolut richtiger Öl für dich, um dich so ein bisschen von innen nach außen abzuwehren und einfach mal auch Nein sagen zu können, eine Grenze ziehen zu können zwischen hier bist du, hier bin ich und bitte lass mich mit dieser Energie einfach in Ruhe und dass du deinen geschützten Raum ein bisschen mehr schaffen kannst. Vor ein paar Tagen habe ich ein mega cooles Experiment gestartet, um euch das OnGuard so ein bisschen genauer vorstellen zu können und die Power von ätherischen Ölen vorstellen zu können. Und zwar habe ich zwei Scheiben Brot genommen, aus einem Leib natürlich und habe eine Scheibe davon mit OnGuard beträufelt und die andere nicht. Die beiden Scheiben habe ich jeweils in eine Plastiktüte und das ist jetzt fünf Tage her und ich möchte euch zeigen, was mittlerweile mit dem Brot passiert ist. So, hier sind die beiden Scheiben und hier seht ihr einmal, hier ist schon beschriftet mit ohne und einmal mit OnGuard. Und ihr könnt, glaube ich, sehr, sehr gut erkennen, was hier passiert ist. Auf diesem Brot hier sind vier Tröpfchen OnGuard-Öl und auf diesem Brot hier habe ich nichts gemacht. Also es ist echt unglaublich, wie toll dieses Öl wirkt, oder? Also ich glaube, da muss man gar nicht so viel mehr dazu sagen. So, und jetzt stell dir mal vor, dass du jeden Tag ein so ein Tröpfchen intern einnimmst oder auch über die Luft einatmest, wie das deinen Körper von innen heraus schützen kann. Von dem OnGuard gibt es auch viele, viele weitere Produkte, ein Handdesinfektionsspray, es gibt Reinigungsmittel, es gibt Waschmittel, es gibt Handseife, es gibt ja alles Mögliche. Schaut euch das unbedingt mal an und wenn du mehr erfahren möchtest über dieses Öl und aber auch über andere Öle, dann lass es mich wissen und ich helfe dir sehr, sehr gerne weiter. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und dann sehen wir uns zum nächsten Öl der Woche.